Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vorstellungsvideo. Hier ist Spielefanatica und ich will euch hier meine YouTube-Seite zeigen, wie ihr euch die anschauen könnt, meine Seiten und alles mögliche. Hier ist meine Playlist, da kann ich euch mal zeigen. Hier gibt es Longplays zu PSX, Playstation 1 Spiele und vieles mehr. Es wird noch kommen irgendwann. Und da kommen noch unbekannte Spiele, von denen ich Gameplays erstellen werde und auch machen werde, von denen ich mir überlege, irgendwann mal Let's Plays zu machen, keine Ahnung. Und was mit Stimmungsaufnehmen angeht, da habe ich keine Ahnung von. Vielleicht kann mir irgendeiner von euch mir mal was dazu schreiben, wie man das mit Stimmungsaufnehmen, weil ich kann das irgendwie nicht. Ich kriege es nicht hin. Und wer von mir mehr erfahren will, kann mich gerne mal anschreiben oder am besten mich abonnieren. Das wäre gut, wenn ihr es tun würdet. Und hier kann ich euch noch zeigen. Ja, also wo war das jetzt? Oh mein Gott, wie ich das hasse. Ja, also ich kann nur sagen, hier alles aus meiner Kindheit will ich mal machen und da kommt noch vieles mehr. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, euer Spielefanatiker. Schönen Abend noch und ich sag mal so, und schau.